Hallo, ich bin Annika, ich bin 17 Jahre alt und mache gerade mit Kulturwerke Deutschland und mein Auslandsjahr in Spanien. Ich bin jetzt schon zwei Monate hier und bleibe noch acht Monate und heute zeige ich euch mal, wie der Ort aussieht, in dem ich so wohne. Das ist der Platz, wo ich immer Training habe und oft gehen wir hier auch am Wochenende hin, um Spiele von anderen Mannschaften von unserem Club anzugucken. Das hier ist mein Schulweg. Wenn man da rüber guckt, dann sieht man da die Berge, das ist schon Portugal. Sie sind echt nah dran. Das ist der Monte Tecla, das ist ein Berg, der bei uns in der Stadt ist, unsere Stadt oder unser Dorf ist so ein bisschen herum gebaut um den Berg. Und da sieht man den Fluss der Spanien von Portugal trennt. Das ist so ein Park, da ist Alameda und hier treffen wir uns auch manchmal mit Freunden. Und hier sind auch viele Familien immer. Das ist meine Schule. Und gleich daneben an ist noch eine Grundschule. Es geht gleich ineinander über. Man sieht gar nicht richtig, wo sich sozusagen die Schulen trennen. Hier sind die Fähren, die auch immer nach Portugal zukommen. Hier ist das Freibad. Und hinter dem Freibad, da ist auch noch ein Strand, wo man auch schwimmen gehen kann. Hier ist noch ein Gym drin. Da sind auch noch Tennisanlagen. Hier sind auch mal so Fußballplätze und ja. Da sind auch noch mal so Fußballplätze und Hier auf diesem Weg sind auch immer so Fußfuguren auf dem Weg und wenn man sich darauf stellt, dann sieht man so, dass die Bäume da so gut bemalt sind und fast so ein Bild ergeben und da gibt es halt mehrere Stellen von. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war es dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt auch ein Auslandsjahr machen wollt, dann meldet euch doch gerne bei Kulturwerke und schaut auch auf Instagram und TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.